so zurück zu borderlands 2 und los geht's weiter mit der symbiose quest ich habe endlich wieder sniper muni für sie kaufen wer braucht ich war normal Ah, nein, nein, ich will. Auch schon ein Fahrstuhl. Tolles Spielzeug. So, jetzt packen wir aus unser Sniper. Ja. Tyrannimo! Ja, so war's schon wieder. Oh man, dafür habe ich jetzt mein Geschütz raus. Kannst du mitrufen, dann geht die Kuh an uns halt runter. Ja. Okay, das ist gut. Da vorne kommen jetzt ein paar glaube ich, oder? Ja. Oh, 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 oh. Das waren die Pro-Plays gerade. Merkwürdig befriedigen. Ah, eins, zwei, drei. Dennis rennt einfach nicht vor. Was ist da los? Bam. Er macht das Boom, wenn ich dich sehe. Ja, ich bin reingelaufen und habe halt mein Geschütze hingeschmissen. Achtung, Granate. Machst Granaten zurück? Ich finde ich, ich finde ich. Du sagst Klo, okay. What the fuck? Oder wir leben im Klo? Oder wir leben im Klo? Nein. Oder die Sniper, obwohl ich brauche die. Boah. Ich glaube, ich stehe gerade etwas ungünstig. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ich will nicht hungrig sterben. Aufwärm. Bei Höhenpistole raus und weiter geht's. Oh, ich zick mein natt. Komm mal, da oben ist doch noch einer, oder? Ja. Oh, der versteckt sich jetzt wieder. Oh, komm schon. kann sich der mal entscheiden ob der sich ducken will oder stehen bleibt was ist da los lass den mir lass den mir nur dafür ist lebendig als er gesagt ich bin lebendig alle diese extremen ungenau die sind die wird jetzt doch mit dem poli macht dann hinten wird es ziemlich gut helfen das stimmt wird erst mal lieben und so ui erwarten wir vielleicht noch hier hinten aufs schiff das können wir danach machen auf welches das wo ich gerade war er ist da hinten ja ok ja machen wir später müssen ja auch wieder zurück habt ihr eigentlich schon geskillt ich kann noch mal schnell vor den kerl davon mein gott ey ich bin doch noch irgendwo gegner ich bin doch noch irgendwo gegner die oder wenn die sogar noch ungenauer hier ist ein schotter hier müssen wir da hoch und wo müssen wir hin warte mal noch warte mal noch warte mal noch ich will noch schnelles köln ich will noch schnelles köln wir haben wir haben das 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 war ist das das ist Wo ist er denn? Soll! Die hat ihm halt so ein dickes Gesicht gegeben. Wo ist er? Ich seh ihn nicht! Er ist auf der Seite da drüben. Ach hier! Ah ok. Das war ne geniale Granate. Der ist jetzt wahrscheinlich hinter. Wir bleiben aber oben. Hier oben ist beste Position. Der ist jetzt wieder da drauf. Wo ich vorher war. Ja. Unten runter? Da ist er unten. Red nach hinten. Du darfst Facelocken. Wenn du es dann hast, mache ich meine Elf. Dann werde ich alles halten. Jetzt. Ja. Schönen. Schönen. Habts gleich wieder. Auf die Achtung Warte. Komm zu mir. Bereit? Ja. Ja. Hier unten, komm. Wo sind wir? Also so? Hier ist er bei mir. Ja. Da ist er. Dennis vor, wenn du den Geschütz hast. Jetzt Geschütz jetzt. Ich hab keins nicht. Ich hab 2 genug. Aber der war auch. War auch da. Ich hab 3 genug. Ich hab 3 genug. Hilp mir. Hilp mir. Ich komm. Ich komm. Ich komm. Ach. Jetzt. Wenn ich hab zu schießen. Ja. Tut sich da was. Ja. Danke. Okay, wieder oben, oder? Oh, ich hab das beschützt wieder. Schön. Da ja, Mann. Brauchen wir erste Munition, ey. Ist down. Sehr schön. SMG. Woah. Fuck. Das war wohl gut, ich brauch Munition, ey. Boah, fuck. Flieg. Jawoll. Okay. Gerne. Dann ist unser zweiter Supporter hier. Ja, klar. Wo seid ihr noch? Gut. Oh, da ist ein Gegner. Kommt ihr hoch, dass wir hinten noch die Kisten holen? Was hängt denn da? Ist ein Shotgun? Zwei Shotgun? Schau mal. Da unten sind nur so viele Gegner. Boah, ich merk's grad, ich dachte... Da kommen aber immer wieder welche. Ich dachte, die sind alle tot. Ey, das sind die, die wo unten sind. Ja. Boah. Boah. Töte sie, geschützt. Boah, alter. Was war los? Hilfe! Da habe ich was Zwerg da hinter dir. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Ich muss... Ich bin tot. Jemand müsste mich wiederbeleben. Ja. Ich bin grad bei Chris. Aber ich bin unten, ihr seid oben, das ist scheiße. Barsi, ich bin da. Komm wieder hoch. Noch einmal ganz nach oben. Boah, Dennis. Ich bin hinter euch, ja, ich bin schon da. Buiiii. 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 Lass uns mal noch ganz oben die Kisten ausräumen. Aber da hinten kommen jetzt normalerweise nochmal zwei Badass. Ach, da oben. Das ist doch nett. War der da? Bin auf dem Weg. Ja okay, bin nicht durch. Okay, bin nicht durch. Wer ist der Nächste? Ich bin hier. Ah, na da. Ah, na da. Wenn das Geld stimmt, rette ich dir dein Leben. Wenn du an Mord denkst, dann denk an Markus. Moniz, es ist ein guter Tag. Es ist ein guter Tag. Voller Möglichkeiten. War schon. Kisten leer? Gut. Wann kann man dann eigentlich drei Waffen tragen? Gibt das noch Level oder muss man da irgendwo bestimmt sein? Weiß abgeben. Okay. Willkommen in meinem bescheidenen Laden. Empfiehlst deinen Freunden, Markus Munition. Ja. Waffen, ich hab sie, du brauchst sie. So. Dann. Wieder ab nach unten. Buiiii. Jump around. Irgendwas schießt er auf mich. Ah doch. Die über uns. What the fuck? Wo, wo? What the hell? Oder? Ich bin bei dir. Psycho zu Tode stechen. Cool. So, dann gehen wir wieder, oder? Jo. Hilfe hinter. So, stimmt. Was? Ach so. Ja. Gerade eben sagen wir es nur, dass wir es machen, wenn wir fertig sind. Gedächtnis von 12 Uhr bis Mittag. Mhm.